Aufbau eines Turboladers Die Verdichter der meisten Turbolader sind Radialverdichter. Dieser Verdichtertyp besteht aus drei Hauptbestandteilen. Dem Verdichterrad, dem Diffusor und dem Spiralgehäuse. Durch die schnelle Drehung des Rades wird die Frischluft, die dem Motor verdichtet zugeführt werden soll, axial angesaugt und im Rad auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt. Die Luft verlässt das Verdichterrad in radialer Richtung und gelangt in den Diffusor. Dort wird die Geschwindigkeit der Luft weitgehend verlustfrei verringert. Die Folge davon ist, dass Druck und Temperatur ansteigen. Der Diffusor wird aus der Verdichterrückwand und einem Teil des Spiralgehäuses gebildet. Im Spiralgehäuse wird die Luft gesammelt und die Geschwindigkeit bis zum Verdichteraustritt weiterhin reduziert. Das Verdichterrad sitzt auf einer gemeinsamen Welle mit einer Abgasturbine. Die Abgasturbine besteht aus einem Turbinenrad und dem Turbinengehäuse. Der Druck der Abgase wird dabei innerhalb des Turbinengehäuses in kinetische Energie umgewandelt und dem Turbinenrad zugeführt. Das so angetriebene Turbinenrad wandelt die kinetische Energie des Abgasstromes in Rotationsenergie der Welle um und treibt damit den Verdichter an. Die Konstruktion und Produktion eines Turboladers verlangt hohe Ingenieurskunst. Bei heutigen Turboladern werden Temperaturen auf der Turbinenseite bis über 1000 Grad Celsius erreicht. Die Turbolader laufen mit enormen Drehzahlen von bis zu 300.000 Umdrehungen in der Minute. Dadurch stellen sich hohe Anforderungen hinsichtlich Materialien, Fertigungstoleranzen und Lagerung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017